Wer an Michelle Hunziker denkt, denkt automatisch an ihre langen, blonden, gestylten Haare und ihr immer perfekt sitzendes Make-up. Jeden Tag sieht die ehemalige Supertalent-Jurorin so allerdings nicht aus. Sobald sie zu Hause ist, setzt Michelle auf einen natürlichen Look und trägt lieber gemütliche Klamotten statt enge, sexy Kleider. Von ihren Fans wollte die 43-Jährige jetzt wissen, welchen Look sie besser finden. Zurecht gemacht oder natürlich mit Struwelmähne. Wenig überraschend sind sich alle einig, sie finden Michelle immer wunderschön. Trotzdem bevorzugen einige ihren ungeschminkten Look. Und auch die hübsche Moderatorin mag es lieber natürlich und gemütlich. Das gilt übrigens auch für ihr Zuhause. Statt auf großen Luxus setzt die Moderatorin lieber auf Gemütlichkeit. Erst kürzlich nimmt sie uns mit auf eine Entdeckungstour in ihre eigenen vier Wände und gewährt sogar private Einblicke in das Schlafzimmer der Familie. Herrlich normal, diese Michelle Hunziker.